Ja, es sind einige Worte gefallen jetzt am Vormittag, die ich sehr interessant fand. Der Michael hat, wo ist der Michael, an irgendeiner Stelle geredet vom Problem der Einführung vom Cutter und vom Entstehen von Inseln, wenn man nicht aufpasst, also Leute, die sich sehr für Cutter interessieren, aber dann irgendwie in so einer Insel stecken bleiben, bevor es in die Breite geht. Wir haben jetzt das Thema intrinsischer Motivation besprochen und Herr Langner hat auch über das Thema Kaskaden gesprochen. Über diese Themen möchte ich ein bisschen sprechen. Der Titel meiner Präsentation, Cutter Management Kultur, es ist meine aktuelle Hypothese, dass nur eine kollektive Anwendung im Team einer wissenschaftlicher, experimenteller und zielgerichteter Arbeitsweise, eben die Routine der Verbesserungs- und Coaching-Cutter, Unmögliches möglich machen können. Das ist meine aktuelle Hypothese. Ich freue mich immer, mit so vielen Firmen zusammen arbeiten zu dürfen und es gibt gewisse Momente, wo man merkt, okay, jetzt läuft es. Jetzt nimmt es eine Eigendynamik auf und ich stelle immer wieder fest, das hat was mit dem Entstehen. Also das ist immer so eine Frage, die mitschwingt. Wann haben wir diese kritische Masse erreicht? Und es gibt Indikatoren dafür, dass die Leute anfangen zu sagen, hey, es macht Spaß, vor allem deswegen, weil wir im Team sind. Ja, nur im Team können wir diese größere Herausforderung meistern. Also dieser Teamgedanke wird dann im Rahmen dieser Cutter-Aktivitäten offensichtlich und nur das Bewusstsein, dass wir, wenn wir ganz große Herausforderungen meistern wollen, natürlich auch im Team arbeiten müssen. Nur gemeinsam kann das gehen. Eine sehr gegene Frage. Herr Aulinger gehört, wie lange braucht es, bis man so eine Cutter-Kultur etablieren kann? Ja, ich glaube, die ehrliche Antwort, wenn man Toyota hört, die sind noch am Versuchen nach 60 Jahren, oder? Ich glaube, zehn Jahre muss man schon ansetzen, oder? Ist das ein Grund, Angst zu haben oder zu sagen, Gott, das wäre eine Riesenaufgabe? Ich glaube, nein. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man zu wissen, Cutter braucht, bis man es vielleicht wirklich als Kultur betrachten kann, seine Zeit, aber ein gemeinsames Lernen und Spaß haben und wirklich auch Ergebnisse erzielen im Team, das, glaube ich, kann man mittlerweile in Wochen hinbekommen. Das sind ein paar Dinge, die da mit verbunden sind und die ich persönlich als sehr wichtig oder erfolgsversprechend halte, dass man das so macht. Und es geht ja in meinen Augen nicht nur um die Veränderung von Gewohnheiten, wie gesagt, es geht um die Veränderung oder Entwicklung von Kultur. Und ich glaube, das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen, die wir in unseren Organisationen haben können, Kulturveränderung. Das liegt an unserem mächtigen, unterbewussten Hirn. Wir haben heute früh von Mike und bei Experimente gesehen, dass unser Hirn verhält sich, ich verwende gerne das Modell vom Reiter mit dem Elefant und unser Hirn, unser unterbewusstes Hirn verhält sich wie ein Elefant, das sich sehr ungern von seinem Reiter, von seinen Gewohnheiten abbringen lässt. Und jeder hat es erlebt, wir alle in unseren Organisationen haben ja ganz viele Experten, die haben langjährige Expertise, sie haben ihre individuellen Gewohnheiten und sie haben ihre gemeinsame Kultur. Und das ist, glaube ich, einer der größten Hindernisse, wenn wir Kultur einführen wollen und wir versuchen es auf individuelle Art und Weise. Also wenn wir mit neuen Visionen und Ideen in eine Organisation hineinkommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir am Anfang uns vielleicht sogar fast wie der Quixote vorkommen in diesem Versuch der Kulturveränderung. Sie braucht Zeit, deswegen, wie kriegen wir möglichst schnell so einen Punkt erreicht, wo wir von ich will übergehen auf wir wollen, diese Systematik umsetzen. Und da ist mir in den letzten Jahren irgendwie ein Trick aufgefallen, den ich mit Ihnen teilen will. Ich weiß nicht, ob das der Trick ist, aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Herr Langner hat es vorhin auch gesagt. Und offensichtlich geht Kulturveränderung am besten im Team. Und wenn man Teams coachen will, scheint es am besten zu funktionieren, wenn man diese Coachings von Teams individuell, was sehr wichtig ist, was Mike vorhin gesagt hat, das Coaching ist immer individuell, bitte nicht falsch verstehen, aber in synchronisierten Coaching-Kaskaden reinbringt. Die gängige Praxis der Cutter, die wir kennen, das ist die typische Situation, in der zwei Leute miteinander im Dialog stehen. Und da geht es um individuelle Coachings und diese Coaching-Kaskaden erscheinen ein gutes Hilfsmittel zu sein. Ich habe das Gefühl immer wieder, wir sind Herdentiere und sehr oft machen wir nicht, was wir wollen, sondern was die Mehrheit macht. Dann versuche möglichst schnell eine kritische Masse dazu zu bringen, dass wir alle Coaches sind und Coaches haben, so wie es da im Cutter Code Punkt 5 steht. Und auf der Suche nach diesem Ausgeliehen aus der Produktentwicklung Minimum Viable Coaching Practice. Was ist diese minimale Liste, was ist die kleinste denkbare Liste, Checkliste, wenn ich die abhake, dann weiß ich, ich habe noch nicht eine Katakultur, aber ich habe die Keimzelle gepflanzt, die kann jetzt wachsen. Die kann jetzt wachsen. Und das ist, was wir glauben, da haben wir auch nicht sehr viel Zeit. Ich glaube, dass wir aufgrund dieser intrinsischen Motivation, man kann mit so einer Veranstaltung Leute motivieren und sagen, ja, ich will Cutter, also viele werden nach diesem Tag heute hier geladen nach Hause gehen. Wie lange hält diese Motivation? Ein paar Wochen Tagesgeschäft, Sie haben es vergessen. Wir haben nicht so viel Zeit. Und diese Coaching-Kaskaden, das ist genau einer der Aspekte, diese Erweiterung in die Organisation ist einer der Aspekte, die wir in Cutter Management Kultur im Buch beschrieben haben und wie solche Cutter Coaching-Kaskaden funktionieren. Und da wollte ich Sie jetzt mal ein bisschen reinnehmen in diesem Beispiel hier aus dem Buch. Das ist jetzt die kleine, ganz kleine Übung, die ich mit Ihnen machen möchte. Und ich möchte jetzt mit Ihnen einfach mal hineinschauen. Wir haben in diesem Beispiel, im Buch ist ein Fallbeispiel. Da geht es um eine Getriebeproduktion. Die haben eine Vision, vorgegeben von der Unternehmensebene. Hier sieht man den William. Und da gibt es eine Wertstrommanagerin, das ist die Nancy. Sie coacht mehrere Leute, darunter den Steve. Er wiederum coacht mehrere Leute, darunter den Roger. Roger ist einer der Hanchos. Ich möchte Ihnen von dieser Systematik als Management Kultur, vielleicht als Management System sogar, einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen, damit Coaching-Kaskaden funktionieren. Ist mir immer bewusster geworden oder es erscheint mir sehr wichtig zu sein, dass der Zielentfaltungsprozess unglaublich gut funktioniert. Also wenn wir nicht mit den richtigen Zielzuständen arbeiten, wird es sehr, sehr schwer. Und interessanterweise die Zielentfaltung, das hat man schon gesehen, die Zielentfaltung ist top down. Ich glaube, das steht außer Frage, das ist klar. Aber was viele, viele gerne überspringen oder nicht in der Durchgängigkeit machen, die, glaube ich, notwendig ist, ist diese Feedback-Schleife zurück, in der aus den Zielen Ziel zuständen werden. Das ist dieser Planungsprozess. Den üben wir. Wir haben nicht viel Zeit dafür, aber den müssen wir durchführen und wir müssen den sehr sauber durchführen. Es gibt ein paar Firmen, mit denen wir das zusammen üben. Zum Beispiel, wir haben Aktivitäten gerade bei BMW zum Beispiel. Das sind 1500 Leute. Und wir versuchen das in der Logistik in einem Bereich. Und wir versuchen das in einem Tag hinzukriegen. Wie sieht so eine Routine aus, die wir dann hochfrequent, quartalsmäßig oder sowas machen könnten? Und ganz konkret geht es um im Hoshinkan oder Policy Deployment genannten Catchball-Prozess. Aus dem Englischen, wir werfen uns den Ball hin und her. Und eine Sache, die wir mittlerweile bei BMW als Qualitätsmerkmal einer guten Zielentfaltung sehen, ist, dass sich ganz, ganz viele zerrissene Zielformulare anstapeln. Also wir formulieren nicht die Zielzustände, also wir machen Versionen davon. Und damit dieses eine Zielformulare da ist, ist so ein Stapel entstanden an zerrissenen Blättern. Also machen Entwurf, zerreißen, nochmal. Und das Ganze in einer interaktiven Art und Weise, die dann natürlich so aussehen kann. Da treffen sich viele Leute. Wenn wir keinen Konsens haben, entsteht kein Team, dann entsteht kein Spirit, dann entsteht kein Wir-Gefühl. Wir machen das. Warum soll ich das machen, wenn sonst keiner, ich und die wollen was anderes, oder? Das ist dieses Wir-Gefühl, ist sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Und das würde ich gerne einfach nur auszugsweise zeigen wollen. Vielleicht eine Idee für Sie zum Mitnehmen, wie man so eine kleine Übung machen kann. Vielleicht hilft es Ihnen. Das ist auch mal ein Versuch. Aus dem Buch heraus und dann mit diesem Excel-Tool, was ich Ihnen da gezeigt habe, mal ganz kurz so einen kleinen Catchball zu machen. Im Buch sehen Sie da die Coaching-Kaskade. Und da sehen Sie, Nancy hat einen Wertstrom aus einer Zahnradfertigung, Montage und Versand bestehend. Also sehr einfach. Drei Wertstromschleifen mit einem Ziel von fünf Tagen. Und in diesem Zielentfaltungsprozess gibt es immer eine Zielevorgabe. Und das macht jetzt Nancy mit Steve. Sie sagt zu Steve, unsere Durchlaufzeit auf fünf Tage zu reduzieren, sollten wir die Durchlaufzeit in der Zahnradfertigung, also deine Wertstromschleife, auf drei Tage reduzieren, anstelle der aktuellen 30 Tage. Und das ist quasi diese Zielvorgabe, kein Zielzustand, Zielvorgabe. Und dann kommt die Aufforderung, das üben wir, das ist wirklich eine Routine, die üben wir, genau so mit diesen Fragen. Könntest du mir bitte einen Vorschlag machen, wie der Zielzustand deines Teams aussehen sollte, um dieses Ziel zu erreichen? So, und jetzt beginnt dieser iterative Prozess. Der beginnt. So, der Steve ist ein alter Hase, der hat es schon ein paar Mal gemacht. Kein Problem, sagt er. Dafür würde ich gerne am liebsten sofort mit Gerds Zielzustand Rechner anfangen. Und jetzt hätte ich die Bitte, dass Sie alle ganz kurz diese Tabelle zum Vorschein holen, die wir da alle auf den Rechnern haben. Das ist, wie gesagt, ein kleiner Versuch und ein Experiment. Keine Ahnung, wie das jetzt laufen wird. Ich hoffe gut, aber ich weiß es natürlich nicht. So, was wir machen wollen, schauen Sie mal, wir sind in einer Coaching-Kaskade, in diese Zielentfaltung, was da entstehen, sind solche Wände. Das sind horizontale Streifen, das sind die Hierarchie-Ebenen und das sind wir jetzt gerade. Also der William hat schon seine Aufgabe delegiert, jetzt ist die Nancy dran in der Kaskadierung. Und was wir machen wollen, ist jetzt dieses Formular. Das ist übrigens eine Wand, das irgendwo bei BMW hängt. Ja, so ähnlich. Also so ähnliche bauen wir auf in unterschiedlichen Firmen. Ich glaube, Herr Langner, ein paar solche haben auch aufgebaut. Und immer wieder. So, und das ist also der Leitfaden, den ich Ihnen zeigen möchte. Vielleicht hilft es Ihnen als Übung für den Catch-ball-Prozess, das mal selber in Ihrer Firma zu machen. Das ist diese Tabelle, die, wenn Sie sie mitnehmen wollen, gerne nutzen dürfen. Und ganz konkret jetzt, als Übung, in dieser Übung sind Sie jetzt Steve. Das sind Sie jetzt. Okay, Sie werden Steve sein. Und das heißt, wir werden jetzt ganz genau hier reinschauen und da ist Ihre Chefin Nancy. Da ist sie. Sie sind Steve da unten. Und Nancy macht Ihnen ein paar Vorgaben und sagt so, schau mal, das sind die Dinge, die wir erreichen müssen. Das habe ich von oben bekommen. Das sind die Dinge, die wir machen müssen. Und sie gibt uns Zahlen vor. Also wir wollen nicht pauschal üben, sondern wir wollen jetzt ganz konkrete Sachen, also Ziele sind ja numerisch logischerweise. Sie hat Ihre Vorarbeit auch sauber gemacht. Und deswegen nennt sie uns hier ein paar Zahlen. Und diese Zahlen, jetzt würde ich gerne diese Tabelle ausfüllen und wir versuchen sie gemeinsam, so gut es geht, einfach mal probeweise auszufüllen. Ich werde sie einfach mal durchführen. Die erste Bitte, drücken Sie einmal, wenn es geht, auf diese grüne Reset-Taste. Das sind alles Beispielzahlen da drin. Einmal auf die Reset-Taste drücken. Wollen Sie fortfahren? Ja. Okay. Und wenn Sie zweimal auf Bildschirm groß, klein drücken, dann müssen Sie das gesamte Bildschirm eingenommen haben. So in etwa müsste es dann aussehen. Versuchen Sie, das so zu skalieren. Hier haben Sie diese Zoom-Knöpfe, dass Sie das draufkriegen. Zielzustände sind mathematische Zusammenhänge. Die Zahlen verändern sich stetig. Aber die Formeln, die physikalischen Zusammenhänge sind zeitlos. Und deswegen in den letzten 10, 15 Jahren ist irgendwie diese Tabelle entstanden. Die hilft unheimlich, finde ich immer wieder. Und deswegen, vielleicht wollen Sie sie auch mal nutzen. Was ist das Erste, was wir hier haben? Wir haben eine Stückzahlsteigerung. Das kriegen wir hier als Zahlen eingegeben. Das heißt, lasst uns mal damit anfangen. Wir haben hier eine Bitte nur, schreiben Sie nur in die weißen Zellen. Die orangenen Zellen sind tabu. Das sind Formeln. Die sind nicht geschützt. Wenn Sie die löschen, ist das ganze Rechnerei kaputt. Das ganze Experiment gescheitert. Und die Zahlen hier sind 122.400 im Jahr. Also man sieht es hier, ich übernehme jetzt schrittweise die Zahlen, sagt sie. Die werden hochgehen auf 145.440. Okay, also ich trage die zweite Zahl. Das ist die Jahreszahl ein. 145.440. So, okay, wunderbar. Nicht viel passiert. Dann haben wir Zahlen zu den Mitarbeitern. Sie sagt, ja, wir müssen auch kostenmäßig. Kommt ab und zu mal vor von 4 auf 3. Auch wir wollen produktiver werden. Und dann haben wir weitere Vorgaben. Da unten, da sagt sie was von den Rahmenbedingungen. Also wir wollen unsere Arbeitszeit nicht verändern. Okay, wenn ich die Arbeitszeit nicht verändern darf, dann lasse ich uns da gleich eingeben. Sie hat gesagt, 240 Tage hat das Jahr und wir werden jetzt nicht mit Samstagen anfangen. Das lassen wir so. Und die Arbeitszeit, das sind jetzt in dem Fall 1440 Minuten, also die vollen acht Stunden. Und auch die sollen so bleiben. Und wir wollen auch die Pausen respektieren nach wie vor. Also die 120 Minuten. Also das sind alles Vorgaben, die Ihnen Nancy gemacht hat. Sie sehen, die Tabelle, die kann in dem Moment schon ein paar Sachen... Also mit den Zahlen können Sie zum Beispiel den Kundentakt rechnen. Ja, klar. Also es gibt gewisse Formeln, die sind zeitlos. Wenn ich die zwei Zahlen habe, habe ich die dritte, vierte auch. Und da sehen Sie auf einmal, okay, der Kundentakt wird sich verändern von 155 auf 130. Okay, irgendwie müssen wir es hinkriegen. Weniger Leute werden wir auch haben. Und dann kriegen wir auch noch weitere Informationen. Zum Beispiel teilt uns Nancy mit, dass die Kunden, siehe da, die haben immer mehr Sonderwünsche. Das heißt, unsere Varianz wird zunehmen von 30 auf 40 Typen, also Getriebevarianten. Wobei wir davon so eine 80-20-Betrachtung machen werden. Wir haben acht Renner. Ja, und hier in der Tabelle geben wir einfach im Grunde, wie viele Varianten wir machen wollen in einer Röstreihenfolge. Also ich gebe mal hier unten, wo ist es? Oh, ja, schwer. Anzahlvarianten, hier, danke. Genau. Und da wollen wir dann von 10 übergehen auf 16. Also wir machen nicht jede Variante, es gibt Renner und Exoten. Deswegen bilden wir da eine gewisse Sortierung. Das überspringe ich jetzt. Es gibt detaillierte EPI-Rechnungen. Da haben wir mit Mike viel geübt die letzten Jahre. Wer noch nicht dabei war, kann man gerne nachholen. Das tut gut zu üben. So, und was haben wir noch an Informationen von Nancy bekommen? Das war es, gell? Gut. So, Steve, sprich Sie, Sie sind alte Hasen. Ja, Sie sagen, okay, wunderbar, das ist sehr gut, das sind Rahmenbedingungen, mir fehlen eine ganze Menge Daten. Wo kommen die Daten auf der linken Seite? Woraus kommen die Ist-Daten? Immer. Die Ist-Daten kommen logischerweise immer aus einer Prozessanalyse. Ja, wo denn her? Das sind ja keine Gedachten, das sind gemessene Zahlen, oder? Das heißt, der Steve, ein paar Stunden später, hat dann aus dieser Logik heraus seine Prozessanalyse durchgeführt und hat ein paar Zahlen organisiert. Ja, also er hat die niedrigste wiederholbare Zykluszeit gemessen, er hat Rüstzeiten gemessen, Rüstfrequenzen, Störungsanteile, Bestände. So, und jetzt können wir diese gemessenen Zahlen in der Tabelle, und zwar links ergänzen. Ja, mittlere, Moment, zum Beispiel hier, Rüstvorgänge am Tag. Er hat festgestellt, dass wir jeden zweiten Tag rüsten. Wir haben 0,5 Rüstvorgänge. So, fertig, schon ist das EPI da. Ja, ganz einfach, wenn Sie zehn Varianten haben und brauchen zwei Tage für eine, dann sind es 20 Tage EPI. Ja, kein Wunder, ne? Und wenn Sie 20 Tage EPI haben, dann werden Sie logischerweise entsprechend Bestand haben müssen. Auch die Information haben wir bekommen. Wir haben 14.800 Zahnräder gezählt vor Ort. Die können wir hier unten dann, ach, das sind zwei Bildschirme, Entschuldigung, können wir hier eintragen. 14.800. Und da sagt das Tool, hm, okay, die Durchlaufzeit liegt bei 29 Tage. Das deckt sich ungefähr mit dem, was Nancy gesagt hat, was da ganz drastisch natürlich reduziert werden soll. So, dann haben wir weiter, hier unten unsere Rüstzeit, gemessen 72 Minuten. Und dann haben wir die NWZZ, was hatte ich gesagt, 120, ne? Genau, das sind die Messungen hier. 120 ist die NWZZ, die niedrigste Wiederholbarkeit. Der Rest ist Mathematik. Also, wenn Sie ein paar Sachen, das ist das Schöne an Mathematik, die ist zeitlos. Und wenn man irgendwann mal diese Zusammenhänge gefunden hat, man kann sie so oft immer wieder verwenden. Dieser Zielzustandsrechner ist ganz interessant für uns, wenn wir die Zielentfaltung machen, um da unglaublich schnell Rechenfehler, Missverständnisse, falsche Zusammenhänge irgendwie zu übersehen. Oder wichtige Zusammenhänge zu übersehen. So, und jetzt können wir loslegen, oder? Jetzt merken Sie, okay, verstanden. Auf der rechten Seite müssen wir jetzt Zielzahlen reingeben. Und stellen Sie sich vor, da sitzen Leute zusammen, ein Team, und sagen, okay, was ist jetzt die richtige Zahlenkombination? Und nehmen wir mal an, die Leute sagen, du, lass uns alles gleich lassen. Ja, wir lassen den Störungsanteil, wie er ist. Die 2,7% Rüstanteil lassen wir auch, wie es ist. Aber, ja, die Vorgabe ist natürlich, dass wir nur zwei Tage EPI haben, weil wir müssen nur drei Tage Bestand haben, oder? Deswegen zwei Tage EPI. Hier übrigens die Differenz, ich kann nicht zu tief reingehen. Die Differenz zwischen EPI, 20 Tage, und Bestand 29. Diese neun Tage sind ihr Sicherheitsbestand. Okay? Ist auch eine Rechnung, die man ergänzen könnte. Ja? Könnte man eine Zeile, Sicherheitsbestand ergänzen. So, hier wollen wir, das war das Ziel, drei Tage. In dem Fall, Achtung, müssen wir die Zeit multiplizieren, mal die 1320. Das können Sie einfach als Formel eingeben. Plus dreimal, weil hier ist das in Minuten. Also wir gehen manchmal so drastisch runter, dass wir tatsächlich Durchlaufzeiten von Minuten anstreben. Von Tage runter auf Minuten. Okay, und dann müssen Sie 3960 Minuten haben. Ja, so, und jetzt sehen Sie, was die Tabelle gerechnet hat. Sie müssen die Bestände reduzieren auf 1800. 1800, das ist drastisch. Mmh, okay. Schauen Sie sich Ihre Losgrößen an. Die mittlere Losgröße von 1020 auf 76. Ich finde es schön, sowas zu haben. Das spart viel Zeit, spart Missverständnisse. So, und vor allem, man sieht, hey, das geht nicht. Also ich soll die 72 Minuten, hör auf, viereinhalb Minuten, nee, das geht unmöglich. Oder sehen Sie hier, das Tool sagt, viereinhalb Minuten zum Rüsten. Das ist die Mathematik, können Sie machen, was Sie wollen. Und dann sagt, nee, das machen wir nicht. Komm, lass uns ein bisschen woanders. Okay, wir probieren es mal mit 15% Störungsanteil. Was bringt das? Und jetzt tauche ich in diesen Catch-Ball rein, oder? Lass uns Varianten denken. Aber jetzt nicht jedes Mal mit Aufwand, oder? Okay, 15%. Oh, schau mal. Wir könnten hier, was hat sich verändert? Wer hat es gesehen? Ach so, wir kriegen ein bisschen mehr Zeit. Ja, wir können die Zykluszeit, genau. Die Zykluszeit, es reicht, wenn wir sie auf 107,6 Sekunden reduzieren. Merken Sie, hier ist eine Anspannung, da ist überall Anspannung drin. Und dann sagt man, nee, also diese 4,5 Minuten für den Rüstvorgang sind immer noch ein Problem. Okay, da würde ich gerne noch mehr haben wollen. Und dann gehen wir da zum Beispiel mal, schau mal, was passiert, wenn ich 5% der Zeit zum Rüsten nehmen würde, statt 2,7? Oh, da wären wir bei 8,3 Minuten. Oh, nee, das erscheint uns immer noch zu viel. Ich glaube, wir können mehr an der Zykluszeit holen. Die 104, 105, da, die 5 kann ich mir noch vorstellen, 4,6. Lass uns da noch ein bisschen weitermachen. Lass uns den Rüstanteil einfach erhöhen, zum Beispiel auf 8,5%. Und dann kommt zum Beispiel so etwas raus wie das hier. Und dann sagen Sie, okay, verstanden. Wir wollen den Störungsanteil auf 15%, wir wollen die Rüstzeit auf 14 Minuten reduzieren und wir müssen die Zykluszeit auf 100 Sekunden. Erst wenn ich diese drei Unterziele erfüllt habe, kann ich weitermachen, oder? Und jetzt kann man sich gut vorstellen, was jetzt an dieser Stelle passiert, oder? Jetzt kann ich mit diesen Zahlen an die Wand zurückgehen und eine Ebene tiefer gehen, oder? Jetzt können wir da hingehen, Zielentfaltung, nächste Stufe. Nun sind wir hier und Sie verteilen Aufgaben nach der gleichen Systematik an Roger. Wer ist Roger? Also das sind Sie, Sie sind Steve hier. Und Sie geben dann Steve eine Aufgabe und sagen, du Roger, also Sie, Steve geben Roger eine Aufgabe, Roger, um unseren Bestand auf drei Tage zu reduzieren, Sie müssen ja herklären, woher kommen die Ziele, sollten wir in der Lage sein, achtmal am Tag zu rüsten. Da kommen die Tücken Backen vom Mitarbeiter, die intrinsische Motivation ist am Boden gerade, oder? Und ey, ich weiß, dass es nicht geht, aber komm, lass es uns mal ausprobieren. Wie auch immer Sie diese Einladung in diese Lernzone hinein machen. Und das anstelle von einmal rüsten alle zwei Tage. Und dann können Sie sagen, ja, könntest du mir bitte einen Vorschlag machen, wie der Zielzustand deines Rüstprozesses aussäulen sollte, um den in 14 Minuten rüsten zu können. Das heißt, jeder einzelne dieser Kennzahlen hier ist natürlich ein Ziel, nicht ein Zielzustand für die nächste Ebene weiter unten. Und das kann man hier zum Beispiel sehen, wenn Sie zum Beispiel hier den Kollegen das geben. Es gibt hier unterschiedliche Grafiken. Ja, also wir müssen jetzt von 130 auf 100 runtergehen. Die Tagesstückzahl muss steigen. Wir müssen den Störungsanteil von 264 Minuten auf 198 Minuten reduzieren. Und die Rüstzeit. Und Sie geben dann Roger in dem Fall dieses Blatt und sagen, hey, schau mal, das ist das Ziel. Ja, das ist die Zeit, die wir uns dafür vornehmen. Da unten steht ein Datum. Das ist die Kurve. Ja, es wird nicht sprunghaft passieren. Mach mir einen Vorschlag, wie würdest du diese Rüstzeit reduzieren. Ja, und der Roger ist ein alter Hase. Deswegen, was sagt der Roger? Gerne. Dafür würde ich am liebsten sofort eine detaillierte Prozessanalyse mit Gerds Prozessschrittanalyse-Tool durchführen. Ja, und so weiter und so fort. Warum mache ich das Ganze? Ich möchte irgendwie, dass Kater fliegt. Und es gibt so viele Stolpersteine. Das sind Details. Da steckt der Teufel drin. Und eine ganz entscheidende Sache ist, diese intrinsische Motivation als Team hinzubekommen und wirklich schlüssige Ziele hinzubekommen. Übrigens, diese Tools haben Sie jetzt auf dem Stick drauf, aber die sind auf der Internetseite bei mir. Also wenn Sie auf verbesserungskater.de gehen oder sowas. Also die sind da. Nehmen Sie sie einfach und nutzen Sie sie. Machen Sie was draus. Die Motivation, glaube ich, ganz einfach. Ich glaube, wir müssen wirklich so eine Managementkultur erreichen. Das ist, ich glaube, die kritische Masse, die notwendig ist, um so eine Managementkultur zu erreichen, ist tatsächlich, dass wir gemeinsam üben. Also das ist, diesen Herdentrieb anzusprechen und diese Coaching-Kaskaden so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen. Das klappt mittlerweile innerhalb von Wochen. Das ist ganz verrückt. Und eine ganz entscheidende Sache ist eben, dass das mit dieser Zielentfaltung sehr gut funktioniert. Und das war ein Trick, weil wenn man sehr schnell innerhalb von Wochen gute Zielzustände mit nicht erfahrenen Leuten haben möchte, dann gibt man die Tabelle. Die Tabelle lässt sie nicht raus. Sie müssen eine gute Ziele, weil die Tabelle zwingt sie dazu, obwohl sie vielleicht gar nicht mal so viel über Zielzustände wissen. Ich sage, fülle die Tabelle aus. Mist. Irgendwann mal danach, wenn die Diskussionen laufen, das geht unglaublich schnell. Okay. Wie gesagt, ist ein Vorschlag. Ich weiß nicht, wie Sie das machen wollen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ich zurzeit glaube ich stark an diese Coaching-Kaskaden, so schnell wie möglich. Das ist der Inhalt des Buches, wenn Sie es danach lesen wollen. Freue mich auch. Mike auch. Vielen Dank.